Das sind Liam, Calvin und Jason Böckmann. Mit ihren Ponys und Pferden gehören die drei Brüder zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Buschreitern Deutschlands. Heute stellen sie uns ihre Lieblings-Vierbeiner persönlich vor. Also ich habe hier gerade Asam neben mir. Den habe ich jetzt seit gut zweieinhalb, drei Jahren. Also bisher sind wir gut platziert gewesen in einigen Elfwieseligkeiten. Das ist Calvin mit seinem Buschpony. Also das hier ist Camessa Nera und mit ihr reite ich auch nächste Woche in Westerstedt die Elfwieseligkeit. Und ja, falls alles glatt läuft, mein Ersatzpony für die Europameisterschaft. Jason reitet Pony Dutchman's Lord. Ich bin mit dem von nationalen Prüfungen gegangen. Ja, mit dem würde ich gerne auch nochmal schaffen, Euro zu reiten. Doch das braune Pony hat manchmal seinen eigenen Kopf. Also wenn er vom Sprung vorbeidaffen kann, macht er das auch. Aber sonst ist es eigentlich ein sehr braves Pony, gut zu reiten und auch sehr locker und alles. Mutter Simone Böckmann, die selbst erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin war, managt den Sport ihrer Söhne. Wenn die drei nicht gerade bei anderen Reitlehrern trainieren, ist sie für den Unterricht zuständig. Und was machen die drei, wenn sie nicht gerade im Sattel sitzen? Entweder Billard spielen, auf dem Trampolin hüpfen oder eine Runde Fußball spielen. Hauptsache, der Spaß kommt neben der Reiterei nicht zu kurz. Bis zum nächsten Mal.